das ist jetzt der letzte part von den boxen von den zenith der könige der dritte part und heute höchstern wir die lavados box aber bevor wir anfangen dass ein leichter bitte da damit ich weiter so ob ich mache und das war ich heute sagen bis jetzt aus diesen boxen hat mich die aktors box überzeugt aber die tat das box haben wir nicht mal einen hit gehabt hätten da nur so 1 2 euro klein wird aber nichts krasses aber bei der so sie die spezialkarte aus sehr sehr schöne spezialkarte und wie immer hier muss davon sind nicht der könige die mich hoffentlich mal heute überzeugen werden weißt du wirst du warst bei einer boxe einfach packlack und bei der anderen box zu wenig packlack also da war gar nichts jawohl das feuer energie du flor super ball brechen schuhe sich lohr rino magino stali oh mein gott dass ich hier sein hier ist was drinnen glaube ich energie stabile karte geruch sonderbonbon luxio punkte die hausse singen und das ist nein die habe ich glaube ich schon so viel das tut weh so eine frau zu haben die habe ich jetzt doppelt das tut doch einfach normalen energie bundelhüter hyperball an vier juli julan panda tausch sonderkern und zero ja genau das ist doch das alles wir haben ein hit wir haben ein hit ich habe mich jetzt schon gespoilert energie sonnenfeld sonderbonbon luxio senox pantomus sonnenkern erst mal eine krasse volat die sich okay ich habe nicht über diese box gesagt ich habe nicht über diese box gesagt oh mein gott oh mein gott was ein schöne karte ich weiß nicht wieviel jetzt gerade kostet ich google schnell nach und dann sehen wir uns gleich deswegen sage ich auch immer let's pack magic ja gerade hier acht euro karte plus fünf euro 13 euro aus einem pack gezogen und somit hat sich das opening noch irgendwie gelohnt aus dem let's pack haben wir noch was schönes gezogen und damit wäre es jetzt perfekt das opening zu beenden das war's mit dem video wart auf den kanal mister jemand lebt umiert und heute haben wir eine box geöffnet und